Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, das letzte ist jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen her. Gut, Urlaubszeit und sowas, deswegen keine Videos gemacht oder generell keine Videos. Aber jetzt legen wir auf jeden Fall wieder jeden Freitag los mit den neuesten Updates zu XRP und natürlich auch mit der aktuellsten Chart-Analyse. Was können wir erwarten? Aber ihr seht schon, es hat sich auch seit dem letzten Video nicht wirklich viel getan. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst das Video trotzdem wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne auch in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Und auch hier an euch so eine kleine Erinnerung, bitte macht eure Steuererklärung. Also nur nochmal so ein kleiner Tipp von mir, die Steuerfrist läuft so langsam aber sicher aus, deswegen denkt daran, ich kann euch nur hier Cointracking empfehlen. In der Telegram-Gruppe habe ich auch gestern nochmal einen Link zum Video, was ihr alles versteuern müsst. Ich hatte dann ein Interview mit einem von Cointracking, also schaut euch das gerne an, macht euren Account und unten in der Videobeschreibung ist auch noch ein Link dazu. Damit kriegt ihr dann 10% nochmal Rabatt auf jeden Fall. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir rein in die XRP-Chart-Analyse. Momentan traden wir bei 0,50 US-Dollar Cent, also bei 50 US-Dollar Cent. Es hat sich seit diesem, in Anführungszeichen, dramatischen Abverkauf sehr, sehr wenig getan. Es wurden alle Kauf-Orders bei uns mittlerweile getriggert, darüber haben wir in der Telegram-Gruppe ja schon gesprochen. Ich habe ja auch alle Kauf-Orders dort angepinnt gehabt, also es wurden alle Kauf-Orders getroffen. Es ist sogar noch besser gelaufen, dass wir hier auf Richtung 0,42 US-Dollar Cent gelaufen sind oder beziehungsweise runtergegangen sind. So, wenn wir uns jetzt einfach mal das große ganze Bild angucken, muss man sagen, der Abverkauf war wirklich mustergültig. Einerseits, wir haben diese ganze FOMO-Welle, die hier losgetreten wurde damals durch eben die SEC-Entscheidung, die im Endeffekt immer noch nicht 100%ig ist, haben wir alles auf Reset gemacht. Wir sind sogar noch ein bisschen tiefer gegangen und haben sogar noch hier diese kleine Ineffizienz, diese grüne Box gefüllt. Und auf Daily-Sicht aus diesem Symmetrical Triangle haben wir auch nochmal einen Retest gesehen. Das heißt, im Großen und Ganzen war dieser Schritt erstens vorhersehbar, das haben wir ja schon ausgiebig diskutiert, will ich jetzt keine Diskussion mehr anstoßen. Und andererseits war er auch wichtig, weil diese Konsolidierung, die wir hier nach diesem Breakout hatten, war nicht wirklich mustergültig. Normalerweise erst nach einem Impuls und dann eben dieser Retest, dann sieht das richtig gut aus. Und seitdem hat sich aber im XRP-Kurs sehr, sehr wenig getan, wenn wir jetzt wieder in die kleineren Timeframes gehen. Wir haben einen massiven WIG hinterlassen. Wir schauen uns das ganz kurz mal prozentual an. Da sehen wir schon, bis zum Candle Close hier waren es 16%, bis zum letzten WIG waren es 14%, die hier unten einfach noch Puffer sind. Und wer die Bitcoin-Update-Videos guckt täglich, weiß, wir haben ähnliche Bewegungen derzeit bei Bitcoin. Das heißt, wir haben einen langen WIG nach unten hin, der noch zu füllen gilt, der aber nur 5% ist. Aber bei Altcoins geht es meistens immer noch mal ein bisschen tiefer. Deswegen momentan Bitcoin ein bisschen stärker. Habe ich ja gesagt heute früh im Video 26.8 bis 27.2. Das könnte XRP nochmal hier in Richtung 0,56 US-Dollar-Cent bringen. Warum? Wir haben hier oben noch eine Ineffizienz. Es wäre ein perfekter Retest eben dieser Liquidität hier, dass wir hier nochmal ansteigen, ein paar Shorts vielleicht noch killen und dann in dieser einerseits 4 Stunden Supply-Zone und eben dieser Ineffizienz diese Liquidität füllen und von hier aus dann nochmal einen Dump sehen. Okay, jetzt habe ich schon wieder Prognosen gelesen mit, oh wir gehen nochmal Richtung 0,25 US-Dollar-Cent. Dann würden wir hier an von einem 50% Dump sprechen. Davon will ich jetzt momentan nicht ausgehen. Also bin ich zumindest nicht überzeugt, wo wir hier oben waren. Sofort eingeschlagen, dass wir hier nochmal runtergehen. Aber jetzt nochmal zu sagen, okay wir gehen Richtung 25 US-Dollar-Cent wäre schon kritisch. Also wir sprechen dann hier wirklich von einem 50% Dump, davon gehe ich derzeit einfach nicht aus. Ich sehe mindestens nochmal diesen Wig hier unten, die 0,42, die würden sich perfekt anbieten, um diesen Wig zu füllen, um die Liquidität zu füllen. Lange Dochte, also auch Schatten genannt, sind meistens nicht gut für einen Kursverlauf. Und den dann zu hinterlassen, das gilt übrigens auch für hier oben, den hier oben zu hinterlassen. Ich denke schon, dass wir hier nochmal auf Richtung 93, 94 US-Dollar-Cent gehen, weil eben hier auch so ein langer Schatten ist. Die bleiben meist nicht lange so. Die Frage ist nur immer, in welche Richtung der Markt sich zuerst einsteigen. Ich gehe eher stark davon aus, dass wir hier nochmal eine Etappe tiefer gehen, in Richtung 0,42 US-Dollar-Cent. Kurzfristig, eine Long hier würde ich mich momentan nicht trauen, weil Bitcoin schon seinen Impuls ausbaut nach oben. Das heißt, hier jetzt noch ein bisschen nachzulongen, macht für mich keinen Sinn. Ich warte hier ehrlich gesagt eher darauf, dass wir uns hier oben dann im Endeffekt Short positionieren, zwischen 0,56, 70 und 0,57, 70. Das ist so momentan so ein bisschen die Short-Area. Fib-Level weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, eben durch diesen langen Wig. Aber wenn wir das jetzt hier vom letzten Hochpunkt eben sehen, bevor dann dieser Abverkauf begonnen hat, würde es auch sehr, sehr gut hier mit dem Golden Pocket passen. Auch wenn dieser Wig hier wahrscheinlich auf fünf Börsen fünfmal unterschiedlich ist. Aber das ist so momentan jetzt erst einmal so ein bisschen der Plan zu dem Ganzen, wie ich jetzt erst einmal XRP erwarten würde. Aber wie gesagt, ich erwarte auch, dass wir diesen Wig hier unten auf jeden Fall früher oder später noch füllen werden. So, kommen wir nochmal ganz kurz zu den News, die gleich wieder sofort ins Auge stecken. XRP als globale Reservewerbung, Ripple CTO bezieht Stellung. Natürlich labert hier David Schwarz ein bisschen bullisch. Ist auch alles gut, kann er auch machen, wie auch immer. Hört euch das gerne an oder lest euch den Artikel bei Being Crypto durch. Aber ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Und da hat Stefan von Kryptoeule auch diese Woche was Interessantes gepostet. Wenn man nur davon ausgeht, dass XRP 50 Dollar erreicht, und man sprach jetzt hier von 100 Dollar, die erreicht werden sollen, bei einem 50 Dollar Preis von XRP wäre XRP Platz drei aller Market Caps auf der ganzen Welt. Natürlich bei Weltreservewährungen und sowas wäre das natürlich möglich. Aber man muss jetzt auch mal ein bisschen so vor Augen führen. Und bei 100 Dollar wäre XRP so viel wert wie Apple und Microsoft zusammen. Ist das wirklich realistisch? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Es würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich finde es sehr, sehr gut endlich mal zusammengefasst. Auch das mal so ein bisschen anschaulich zu sehen, was wäre wenn und sowas. Dass man hier ein bisschen von diesen Moon-Prognosen mal ein bisschen abkommt. Und ich finde 1 Dollar und 5 Dollar finde ich für einen Bullrun absolut okay. Aber von 50 bis 100 Dollar zu reden oder teilweise 500 Dollar oder 586 finde ich einfach absolut unseriös. Meine Meinung, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gerne auch Props raus natürlich an Stefan von der Kryptoeule. Schaut euch das gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, Plan ist, wie gesagt, hier oben dann Short Order zu triggern, um den Short dann hier nach unten hin mitzunehmen. 0,25 US-Dollar-Cent finde ich auch derzeit einfach ein bisschen unseriös, jetzt schon zu sagen. Wir schauen einfach von Level zu Level. Und damit war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und wir hören uns entweder morgen wieder zu einem ganz normalen Bitcoin-Update-Video oder dann nächste Woche zu einem XRP-Update-Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.